Herr Bundespräsident, ich habe ein Anliegen. Der Herr Kurz hat bei uns eine Handyhülle reserviert für iPhone 11 Pro Max vor vier Monaten. Ich habe ihn versucht mehrmals zu erreichen, hat nicht funktioniert. Nun ist jetzt meine Frage, was mache ich jetzt? Ah, jetzt ist er da. Herr Kurz, hallo. Und zwar, wollen Sie jetzt diese Hülle oder wollen Sie die Hülle nicht mehr? Ich will nicht mehr. Ja, aber Sie haben ja gesagt, Sie können vorbeikommen. Sie können ja vorbeikommen. Nein. Ich kann nicht mehr. Sie können nicht mehr. Okay. Und ich habe gehört, Sie leben nicht mehr in Österreich. Sie sind ausgewandert. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ah, wir halten das auch nicht mehr aus. Sie haben ja die Gesetze gemacht. Sie haben die Gesetze gemacht und sind dann abgehauen. Was sagen Sie, Herr Bundespräsident, dazu? Was mache ich jetzt mit der Hülle? Die Respektlosigkeit, die wir gesehen haben. Ist nicht in Ordnung. Diese Respektlosigkeit will ich nicht achselzuckend übergehen. Und daher möchte ich mich als Bundespräsident in aller Form dafür entschuldigen. Okay. Okay, Entschuldigung angenommen. Amen. 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 Amen.